...wahrscheinlich sogar im Weltfußball, Florian Schmidt-Sommerfeld und Jan Platte. Es ist uns eine Ehre, wir begrüßen Sie und Euch ganz herzlich. Es ist das Finale der UEFA Champions League, FC Schalke 04. Gegen Borussia Dortmund. Was für eine großartige Atmosphäre im Stadion. Überall die Vorfreude, sichtbar, spürbar. Und zwei Teams, die sich jetzt da unten gegenüberstehen, die das bis hierhin so großartig gemacht haben. Wir freuen uns sehr auf dieses Finale in der Champions League. Und das Tor! Schalke hat's! Schalke hat zuerst zugeschlagen. Das 1-0 im Champions League-Finale! Unglaublich! Wir gucken nochmal auf dieses Tor. Gar nicht so easy. Den reinzumachen hat da kaum Platz, aber der Abschluss letztendlich optimal. Ja, drin das Ding. Sonst war's das. Und drin. Alle hier wissen, was... Und jetzt haben sie es! Jetzt haben sie es! Absolut verdient. Es war dramatisch ohne Ende. Am Ende nervenstark geil gespielt. Sie waren über das ganze Turnier auf jeden Gegner eingestellt. Perfekte Harmonie in der Mannschaft. Oh, das ist einfach ein Riesending. Und es ist so verdient. Du lässt es anklingen, Schmizo. Sie hatten im Prinzip immer eine Antwort auf die Problemstellung, die es gegeben hat. Also, das ist von Anfang bis Ende schon richtig gut gewesen.